So, 321, willkommen zurück zu MyTime at Portia. Heute ist laut Kalender mein Geburtstag. Äh, der Auftrag von Marthas Bäckerei zwecks die Obst, Tarp, 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 Tarp. Zu packen und auszuliefern, hat dummerweise nicht funktioniert. Beziehungsweise ist gescheit. Und jetzt treffe ich noch nicht mal was. Ich will jetzt hier ein paar Punkte machen, um so ein Kochbuch mir zu kaufen. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt Nutzen für mich hat oder ob das nur ein Geschenk ist. Okay. 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 Und dann muss ich mal schauen, wie viele Ritter abzeichen, ich habe. Weil ich glaube, 100 oder 200 Abzeichen brauche ich, um das Kochbuch zu kaufen. Ich habe schon sehr viele Punkte in den einarmigen Banditen gesteckt. Nein, erst mal nicht. Jetzt schauen wir mal. Inventar 123... 200. Ok, dann spielen wir mal noch ein bisschen weiter hier. Ok. Ja, bleiben. Erneut spielen. Da. Komm jetzt. Ja. Brauchen. Punkte. Da. Ja. Komm, komm, komm. Ah, Mann. Wieder 9. 5. 5. 5. 1. 2. 10. 10. 11. Zwölf. Einmal noch. So, gut. Wie sieht's aus? 181. 19 noch. Echt. Reff. Nichts mehr. Noch 12. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 16. 19. 22. Okay, das sollte jetzt reichen. Bestätigen. Oh, danke. So, Kochmeister. Inventar, jetzt schauen wir mal. Ich ziehe das hier hoch. Keiner Gegenstand, kein Museum platziert werden. Ich kann das tatsächlich nicht lernen. Scheiße. Dann weiß ich immer noch nicht, wie ich irgendwie eine Obsttorte, Kürbis, was auch immer, Obsttorte machen kann. Eventuell ist aber jetzt das Material für unsere Töfte-Faltestelle fertig. Kupferrohr, auch nicht. Ah, das läuft alles andere als gut. Was machen wir? Ja. Kürbis, Torte. Eventuell habe ich eine. Kürbis, Torte. Ich weiß, wie sie aussieht. Dicke Smiley ist drauf. Die habe ich mit Sicherheit irgendwo gegessen. Nein. Okay. Kräutermischung. Kräuter, Tee, Tee, Unfallerung. Okay. Ist hier zufällig ein Backofen bei. Schreibtisch. Trockengestell, Bücherregal. Waffenreck. Mist. Kürbis, Torte gibt es natürlich hier auch nicht. Eventuell bei der Oma. Auf dem Bauernhof. So fies Bauernhof. Bauernladen. Bitte verkauf mir Kürbis, Torte. Ach, Mann. Es soll nicht sein. Unterhalten. Ja, toll. Aber ich brauche irgendwie Kochrezepte. So in den Backofen. Zu verkaufen. Dauerhaft. 10.000 dauerhaft. 500.000 für sieben Tage. Mieten. Ich print Vermögen 6. Geschehnlichkeit. Was bedeutet das? Erfolg. Okay. Das ist jetzt mein Reittier. Interagieren. Bleib zurück. Interagieren. Was mache ich jetzt? Streicheln. Was mache ich jetzt zurück? Jetzt reiten. Okay, klasse. Springt. Kalender. Kalender. Tag der Erinnerung. Versuche gegen dich. Hm. Gut. Ich habe keinen Plan, was ich machen kann. Wir gehen heute mal. In die Gruselhöhle. Ja. Schloss. Achteric. Lumen nach oben. Okay? Ich habe den Knurren. Ich kam einfach hier hin. Das war's für heute. Das war's. Das ist irgendwie kompliziert. Ah, jetzt klappt's. Das ist ein heißer Atemzeichen. Was ist hier? Ja. Erwicht. Okay, die Gruselhöhle verstehe ich noch nicht ganz. Beziehungsweise... Da drüben geht's lang. Das war's. Entkommen, entkommen, entkommen. So, Kristalle mitnehmen. Schießt, schießt, schießt. Okay, ich muss überhaupt nichts hier. Okay. Der reagiert nicht, doch jetzt. So, dann geht's hier wieder runter. Da lang. Okay. Entkommen, entkommen, entkommen. Fledermäuse. Wo sind wir durch? Okay. Die wollen mich alle erschrecken. Okay. Laufen wir mal ein bisschen schneller. Entkommen, 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 entkommen. Oh, die Waffe ist kaputt. Oder habe ich die einfach nur weggesteckt? Dreilaufflinte. Ich hoffe, unsere Waffe ist jetzt dahin. Dann müssen wir hoch zum Ausgang rennen. So, keine Ahnung. Das war merkwürdig. So, Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye, bye.